Burkhard Wachinger gilt als einer der besten Kenner der mittelalterlichen Sankspruchdichtung und seiner Überlieferung, insbesondere des Wartburgkrieges und anderer Sängerstreits bis hin zur Meisterliedkunst der frühen Neuzeit. Deshalb wird sein Beitrag zu Rätselfrage und Allegorie vor allem in der Forschung zur Lyrik besonders rezipiert. Bisweilen gelten seine Ausführungen in diesem Bereich noch immer als maßgebend. Dass Wachinger dabei nicht in allem widerspruchslos zuzustimmen ist und seine Herangehensweise auch methodisch Schwächen aufweist, hat neben Anton Schönfeld in einem Beitrag von 1978 vor allem Thomas Tomasek gezeigt, der sinnvollerweise die grundsätzlich dilemmatische Problematik literaturwissenschaftlichen Definierens im Hinblick auf gattungstypologische Fragen an den Anfang seiner monografischen Untersuchung stellt. Die Herausarbeitung der entscheidenden Merkmale einer Gattung kann allein nach einer möglichst vollständigen Analyse der infrage stehenden Einzeltexte gelingen, während sich andererseits erst durch den von der Forschung entwickelten Gattungsbegriff das zu untersuchende Textkorpus eingrenzen lässt. Diese Kippfigur ergibt sich daraus, dass weder ein gattungsbegründender Text wissen kann, dass er eine neue Gattung begründet und somit der Ursprung einer Gattung sich im Prinzip jeder Bestimmung entzieht. Noch liegen insbesondere historisch entfernt liegende Texte in den wenigsten Fällen ihre Zugehörigkeit zu einer Gattung offen. Selbst dann nicht, wenn es ein entsprechendes Gattungsbewusstsein gegeben hat, welches man mittelalterlichen Autoren und RezipientInnen auch nicht per se absprechen sollte. Überlieferungskontexte bergen ebenso wichtige Hinweise wie der Gebrauch spezifischen Vokabulars, wie hier in zwei Druckversionen des sogenannten Straßburger Rätselbuches oder auch im biblischen Simonrätsel, in dem der betreffende Textabschnitt Problema genannt wird, ein Begriff, der sowohl in der rhetorischen Tradition wie auch im Zusammenhang mit lateinischen Sammlungen von Texten, welche einschlägige Ähnlichkeiten aufweisen. Als auch deutsche Glossen legen den lateinischen Begriff Problema entsprechend deutsche Interpretamente wie rateniska, rateliski, ratiska, ratiski, ratisa, ratunga, ratusa nahe, übersetzen aber auch mit foras bracha und einfach fraga. Auch hier zeigt sich die Evidenz historischer Verwerfungen und daher die Notwendigkeit einer Diakronenperspektive. Damit ist es nicht schon getan, wenn man mittelalterliche Beispiele mit einer zeitgenössisch rezipierten Definition wie diejenige Isidors von Sevilla oder Aristoteles begegnet und diese dann als allgemeingültige Universalie an den Anfang einer gleichförmig gedachten Gattungsgeschichte stellt. Ein solcher methodischer Purismus, wie es Tomasek ausdrückt, führt nur zur Verlagerung des Synchronismus in die Vergangenheit und zu anachronistischen Vorannahmen für eine gattungshistorische Perspektive. Umgekehrt werden Definitionen, die auf der Basis gegenwärtigen Gattungsverständnisses, welche am je aktuellen Ende einer Gattungsentwicklung steht, vorgenommen werden, ebenfalls nur Anachronismen zur Folge haben können. Tomasek wählt daher einen doppelten Zugriff, der sowohl historische Konstanten zu bestimmen sucht, als auch einzelne historisch virulente Rätseltypen sowie das einzelne Sprachdenkmal berücksichtigt. Er stützt sich dabei auf Andriolis, der die einfache Form von seinen gegenwärtigen Aktualisierungsformen unterscheidet, wie aber auch Wachinger zunächst einen Grundtypus skizziert hatte, der zu einzelnen Beispielen und Typen im Verhältnis steht. Solche Ansätze, ich zitiere aus Metzlers Lexikon, Kultur der Gegenwart zum Lämmer literarische Gattung, sind jedoch ihrerseits mit dem Problem konfrontiert, dass sich ihre Erkenntnisinteresse auf ahistorisch Substantielles bezieht, während an den konkreten Texten nur historisch-akzidentielles ablesbar ist, so dass die rekonstruierten Zwischenschritte sehr spekulativ wirken müssen und die postulierten Typologien der Archetypen leicht anfechtbar sind. Ich gehe im Folgenden die Kriterien, die Tomasek auf der Grundlage bisheriger Forschung diskutiert, der Reihe nach durch und befasse mich mit seiner Kritik in eigenen Anmerkungen. Zunächst zum Spielcharakter des Rätsels. Tomasek unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen einer spielerischen und einem existenziellen Gebrauch des Begriffs Rätsel. Wenn die Wissenschaft vor einem Rätsel steht oder mir etwas ein Rätsel ist, sei dies existenzieller Natur, wobei zu fragen wäre, ob es sich nicht vielmehr um eine umgangssprachliche metaphorische Ausdrucksweise handelt, die dem spielerischen Rätselbegriff aussitzt. Somit handelt es sich auch nicht um einen Begriff im terminologischen Sinne, sondern um einen Wortgebrauch. Tomasek verzichtet leider, wie so oft, wenn der Begriff Spiel als Begriff auftaucht, der andere Begriffe zu beschreiben sucht, darauf den Begriff Spiel selbst zu definieren. Denn auch der hat eine virulent historische Signatur, was leider nur sehr selten reflektiert wird. In der germanistischen Medivistik hat sich bisher nur eine sehr überschaubare Anzahl von Forschenden monografisch mit dem Spiel auseinandergesetzt. Allerdings hält Tomasek richtigerweise fest, dass die existenzielle Ernsthaftigkeit gerade kein Kriterium ist, welches dem Spiel nicht zukäme. Ganz im Gegenteil, die dominante Menge an mittelalterlichen Texten, in denen Spiel und Spielhandlungen eine wesentliche Rolle spielen, heben seine Existenzialität und Ernsthaftigkeit hervor und reflektieren das Verhältnis zum Als-Ob-Handeln auf teils hohem Abstraktionsniveau. Gerade der Typus des agonalen Spiels stellt in der überwältigenden Mehrheit in dieser Hinsicht existenzielles oder gar letales Handeln dar. Das trifft auch und gerade auf Rätsel zu, die in narrativen Kontexten vorkommen, wie etwa in Parsifal, wie Tomasek aufzeigt, obra ubiquitär im Märchen. Der agonale Sängerstreit der Sandspruchdichtung, bei dem um soziale und politische Geltung gekämpft wird und Rätsel über die Meisterschaft des Sängers und seine Anerkennung entscheiden, ist nicht anders als ernsthaft und existenziell in diesem Sinne zu begreifen. Überhaupt war das Spiel, wer das Spiel ernsthaft vom Ernst abgrenzen will, kann das doch wohl kaum ernst meinen. Wer Kinder hat oder einen echten Fußballfan kennt, weiß um die dem Spiel konstitutive Eigenschaft der die Grenze der Realitätsbewusstseins tangierenden Ernsthaftigkeit. Ob es sich beim Spielcharakter des Rätsels entsprechend gemäß Tomaseks problematischer Differenzierung um ein notwendiges oder fakultatives Kriterium handelt, hängt ganz vom zugrunde gelegten Spielbegriff ab und wie er sich zu ernst und unernst verhält. Während der Spielcharakter eher eine kulturelle Funktionsweise darstellt, betrifft das Merkmal der Obscuritas die rhetorische Verfasstheit des Textes. Tomasek bringt sie aufgrund forschungsgeschichtlicher Beobachtungen aber zueinander in konkurrierende Stellung. Während Rätselbegriffe der Vormoderne bis ins 19. Jahrhundert die Obscuritas in den Vordergrund stellen, schwende in modernen Definitionen ihre Bedeutung und würde stattdessen durch den Spielcharakter ersetzt. Da aber beide Kriterien gar nicht auf die gleiche systematische Ebene zielen, sehe ich keinen Grund, warum Obscuritas und Spiel nicht einander einschließen sollten. Nicht nur die nicht aufrechtzuerhaltende spielernste Dichotomie, sondern vor allem auch der Zusammenhang des Spiels zum Mysterium, zum Geheimnis, zum Ritual, zum heiligen und zum arkanen Wissen, wie in etwa Johann Heusinger, wenn auch seinerseits methodisch äußerst kritikwürdig postulierte, rückt Spiel und Obscuritas nebeneinander in den Blick. Heusingers epochemachendes Werk Homo Ludens vom Ursprung der Kultur im Spiel, einem der Must-Reads jeder Kulturwissenschaftlerin und jedes Kulturwissenschaftlers, bringt schließlich auch Tomasek gegen Andriolles vor, der Heusingers Werk zwar nicht kennen konnte, rein historisch gesehen, aber auch unabhängig davon mit den Rätseln der Rig Veda auf keiner falschen Fährte war, wenn auch sein Spielbegriff ein anders anachronistischer war als derjenige Heusingers. Beide Kriterien hängen unmittelbar mit der Lösbarkeit des Rätsels bzw. der Ver- und Enträtselung des Textes zusammen. Tomasek hinterfragt, wie zunächst auch Wachinger zu Recht, ob die Lösung eines Rätseltextes dem Rezipienten grundsätzlich möglich zu sein habe. Diese Lösbarkeit des Textes bringt Tomasek erneut mit dem Begriff des unterhaltsamen gesellschaftlichen Spiels in Verbindung, der dem Ernst gegenüberstehe und daher die verrätselten Themen und Gegenstände nicht allzu entlegen sein dürften und das Netz der verschlüsselten Hinweise nicht genug geknüpft sein müsste. Entsprechend weiß Tomasek die grundsätzliche Lösbarkeit des vormodernen Rätsels als Kriterium ab, spricht ihm stattdessen nur fakultative Geltung ab dem Barock zu. Als das Rätsel eine Blüte als galantes und geselliges Gesellschaftsspiel-Gespräßspiel erfahren habe. Wie wir aber bereits festgestellt haben, ist schon aufgrund des zugrunde gelegten äußerst unterkomplexen Spielbegriffs, der auf unhaltbare Dichotomien setzt und seine Beziehung zur Obscuritas die Lösbarkeit als Kriterium für ein echtes Rätsel ebenfalls nicht aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass die Dunkelheit und der zu betreibende hermeneutische Aufwand mit wachsenden historischem Abstand notwendigerweise ebenso größer werden muss, wie das die Fremdheit von diachronen Diskursen für extreme Deutungsschwierigkeiten bis hin zur Unlösbarkeit für Nicht-Eingeweihte führt. So argumentiert Tomasek mit der Überlieferung eines erheblichen Teils deutscher Rätsel des Mittelalters im Kontext von Lehrgesprächs und definierten Streitsituationen, in denen die didaktischen Intentionen dominanter seien als der Lösbarkeitsgrad des Rätsels. Im Kontext des Rätselstreits der Sandspruchdichtung fungieren Begriffe wie Meisterschaft und Wiesheit als Marker für arkane Diskurse, welche gerade im Sinn haben, den Rival mit allen Mitteln am Lösen eines Rätsels zu hindern. Der äußerst weit verbreitete Typus des sogenannten Halslöse-Rätsels, das seine Existenzialität ja schon im Namen trägt und das etwa durch das sogenannte Ilo-Rätsel in unzähligen Einzeltexten überregional vertreten wird. Allein Vossilo weist über 150 verschiedene Fassungen nach, ist typisch für den Charakter besonders schwieriger Rätsel, eben deshalb, weil sie existenzielle Bedeutung tragen, nämlich im wahrsten Sinne todernst sind. Das Rätsel ist nicht unlösbar, aber es erfordert distinkte Kenntnisse von Sachverhalten, die im Prinzip nicht erraten, sondern nur gewusst werden können. Die Frage ist, ob hierin ein wesentlicher Unterschied im Hinblick auf eine Rätseldefinition zu postulieren ist, wenn eine solche Unterscheidung historisch gar nicht virulent sei, worauf Tomasek hinweist. Nicht nur im Hinblick auf die Lösbarkeit, sondern insbesondere auch auf das Rätsel als Form, auf die wir noch ausführlicher zu sprechen kommen werden, ist diese Frage relevant. Die Unterscheidung von Unratbarkeit und Unverfügbarkeit, die Tomasek trifft, scheint zwar zunächst vielversprechend, da sie aber auf je unterschiedlicher Ebene des Textes abzielt, könnte es durchaus sein, dass es Texte gibt, die sowohl unratbar als auch unverfügbar sind. Unratbar sei ein Rätsel nämlich dann, wenn der Text eine zu geringe Merkmalsdichte aufweist, um Hinweise zur Entschlüsselung zu geben, während die Lösung eines unverfügbaren Rätsels einem spezialwissenschaftlichen Idiom entstammt oder eine esoterische Sonderbedeutung enthält. Dieses ist also eine Qualität der Lösung, jene eine Eigenschaft der Aufgabe. Betrachtet man allein die Form des Rätseltextes, ohne seinen etwa gar nicht überlieferten Sinn mit einzubeziehen, käme der zweite Fall überhaupt nicht in den Blick. Man muss überlegen, wie man Form und Sinn gleichzeitig in den Blick bekommt. Mit den von Tomasek vorgeschlagenen Termini scheint dies noch nicht recht zu gelingen. Einem Hinweis, der nachzugehen wäre, liefert Tomasek, indem er nicht allein das logische Schließen aus einer Mindestmenge von Merkmalen für das Lösen verantwortlich macht, sondern neben Glück und Intuition auch die schlichte Bekanntheit des Rätsels und seiner Lösung durch reine Gedächtnisleistung registriert. Eine Arkangesellschaft beispielsweise kann sich auf diese Weise ihres Losungswortes vergewissern, eine spezifische rhetorische Schule sein Wissen zelebrieren oder auch die Rumeland-Fans der Sangspruchdichtung des 13. Jahrhunderts ihre gemeinsamen Feinde verpönen. Renn, Ramm, Rind. Rechte raten Ruach nach meisterlicher Orden, wie mag das wunderliche Wunder ziehen genannt. Dass Tomasek das Kriterium der Lösbarkeit daher als fakultativ und nicht notwendig ansieht, ist daher wohl richtig und konsequent an solchen historischen Beispielen erworben. Liest man, welche von Tomasek eingangs besprochenen Kriterien es ins Reallexikon der Literaturwissenschaft geschafft haben, ist sowohl der Spielcharakter als auch die Lösbarkeit als Intrika des Merkmal des Rätsels in der Begriffsexplikation nicht erwähnt. Die rhetorische Obscuritas wird anhand ihrer Tropen, Metapher, Metonomie, Synecdoche und Formen der Äquivokation als Verschlüsselungsstrategie des uneigentlichen Sprechens umschrieben. Genuinen schriftliche Formen wie Anagramm, Palindrom, Kryptogramm, Scharade oder Rebus werden zum Zweck der Verlinkung zwischen den Lemmata des Lexikons gesondert genannt, was allerdings allzu stark moderne Sonderformen in den Blickpunkt rückt. Das erste echte deutsche Palindrom zum Beispiel, bei dem man konkret von Verrätselung sprechen könnte, stammt zwar aus dem 13. Jahrhundert von einem Minnesänger, genannt der Düring. Er war seinerzeit aber mehrere hundert Jahre voraus. Selbst der Barock hat diese Komplexität nicht wieder erreicht und handelt in seinen Poetiken das Palindrom auch nur als äußerst randständige Kuriosität ab. Überhaupt spiegelt der Handbuchartikel die Bemühungen seiner Autorinnen nicht wider. Weder Thomas Sechs herausgehoben historische Perspektive und sein Verdienst an den Kriterien der Gattung, noch Heike Bismarcks genaueste Kenntnis der deutschen Rätselbücher tragen hier unverständlicherweise etwas zur Klärung der Gattung und seiner Geschichte bei. Neben der Ableitung Sprachspiel ist der Spielbegriff nicht ein einziges Mal erwähnt. Darüber, ob dies so aufrecht zu erhalten ist, sollte auf der Grundlage neuerer Forschung zum Spiel nachgedacht werden. Werfen wir zum Schluss noch einen vor dem Hintergrund der ausführlichen Überlegungen Thomas Sechs genaueren Blick auf das sogenannte Simson-Rätsel aus dem Buch der Richter des Alten Testaments, das der Autor selbst mehrfach erwähnt. Es lautet, vom Fresser kam Speise, vom Starken kam Süßes. Die Lösung, was ist süßer als Honig und was ist stärker als ein Löwe. Unabhängig davon, wie die Bibeln den Text nennen, Bulgata und Septuaginta überliefern beide Problema bzw. Problema, Luther übersetzt Rätsel, den Text nennen, lassen sich die bei Thomas Sechs bis zu diesem Punkt besprochene Merkmale an ihm gut diskutieren. Es handelt sich um eine rhetorische Verschlüsselung mittels Metinomie, die zu den Tropen der Obscuritas gezählt wird. Dadurch wird eine Frage impliziert, die eine Antwort erfordert. Dem Hörer, der Hörerin wird die Aufgabe gestellt, eine Antwort zu finden. Wird der Text als Rätsel erkannt, sind verschiedene Formen der Verrätselung möglich. Fresser, Speise, Starker, Süßes könnten auch metaphorische Umschreibungen sein oder auf ein Wortspiel hinauslaufen. Es ist Teil der Aufgabe der HörerInnen, das Verfahren zu erkennen. Nun hat man dieses Rätsel dennoch ein unechtes Rätsel genannt, weil es nicht lösbar bzw. nur unter solchen Umständen lösbar sei, die Kenntnis gewisser Sachverhalte beim Ratenden voraussetzt. Allein durch logische Schließen sei dies nicht möglich. Ich bin unsicher, ob das wirklich stimmt oder ob hier nicht die Rahmengeschichte, in welche das Rätsel eingebettet ist, dafür verantwortlich wurde, dass nicht die richtige Antwort, die das Bibelkapitel enthält, sondern die eigentliche Deutung als Lösung des Rätsels verbucht wurde. Diese lässt sich allerdings beim besten Willen nicht erraten. Das Rätsel ist nämlich eingebettet in eine Erzählung, die berichtet, wie Gott einen Streit mit dem Philistern anzettelt, um die Israeliten aus ihrer bereits 40 Jahre während der Gewalt zu erlösen. Gottes Strohmann für die Bestrafung der Besetzer ist Simson, dessen Geburt von einem Engel angekündigt worden war und der dem Herrn geweiht wurde. Simson verliebt sich ausgerechnet in eine Philisterin. Seine Eltern wollen zunächst der Heirat nicht zustimmen, willigen aber ein, sie kennenzulernen. Auf dem Weg nach Timna begegnen sie einem Löwen im Gesträuch, den Simson mit bloßen Händen und mittels der Kraft Gottes zerreißt. Das Kennenlernen muss positiv verlaufen sein, denn schließlich erlauben die Eltern Simson die Heirat der Philisterin. Als er wieder nach Timna geht, um die Ehe zu schließen, findet er im Gerippe des zuvor getöteten Löwen ein Bienennest, an dessen Honig Simson sich gütlich tut. Als nun das Hochzeitsfest feuchtfröhlich im Gange ist, stellt Simson den geladenen Philistern ein Rätsel. Dies geschieht nicht ohne Auflage. 30 Hemden und 30 Festgewänder sollen sie bekommen, wenn sie es erraten. Wenn nicht, bekäme Simson selbst den Lohn. Die angetrunkenen Philister willigen ein, sie können das Rätsel aber nicht lösen. Seine frisch angetraute Frau erwirkt tränenreich sein Mitleid, auf das er die Lösung sagt, welche sie prompt an die Philister verrät. Aus Zorn für den Verrat erschlägt Simson in Aschkelon 30 Philister, raubt ihnen ihre Kleidung und gibt sie denen, die sich des Rätsels Lösung erschlichen hatten. Seine Philisterfrau überlässt er einem anderen. Zunächst zum Spielcharakter des Rätsels und der Unterscheidung von spielerisch harmlos und existenziell. Der Kontext, in dem das Rätsel aufgegeben wird, kann man mit Thomas Sex sehr überzeugend als unterhaltend gesellschaftlich bezeichnen. Es dient um dem Amüsement der geladenen Philister beim Hochzeitsfest. Alle sind in guter Stimmung und wollen ein Spiel spielen. Auch auf den Einsatz lassen sie sich ein, wobei der nicht allzu gering erachtet ist. Versprechungen von hohen, teils unerfüllbaren Belohnungen gehören zu vielen Rätseltexten und unterstreichen ihre besondere Schwierigkeit. So auch hier, 30 Hemden und 30 Festgewänder sind kein Pappenstil, vor allem wenn man bedenkt, wie sie schließlich beschafft werden. Dass die Philister den Einsatz als hoch ansehen, erkennt man an ihrer Verärgerung, als sie das Rätsel nicht lösen können. Habt ihr uns hierher eingeladen, um uns arm zu machen? Dadurch bekommt das Rätsel eine existenziell ernsthafte Bedeutung und geht über in die Bedrohung der Frau mit dem Tode, wenn sie die Lösung nicht verrät. Spiel und Ernst sind nicht zu trennen. Der letale Ernst des Spiels ist virulent, trotzdem er der festiven Unterhaltung dient. Erst durch diese Rabengeschichte wird deutlich, was eigentlich hinter dem Rätsel und seiner metonymischen Verrätselung steckt und was die Lösung bedeutet. Dass Simson einen Löwen zerrissen hatte, ein Bienenvolk, in dessen Kadaver Honig produziert hat, der wiederum von Simson gegessen wurde. Dies ist aber nicht das Rätselslösung, welche die Frau schließlich an die Philister verrät. Diese beinhaltet nur, dass der Starke der Löwe ist und das Süße der Honig. Nur weil die Philister das Rätsel nicht selbstständig lösen konnten, heißt das ja nicht automatisch, dass es daher unratbar und oder unverfügbar ist. Man kann vielleicht sagen, dass der eigentliche Rätseltext, vom Fresser kam Speise, vom Starken kam Süßes, zu wenig Indizien für eine Merkmalsentschlüsselung enthalte. Das muss man aber nicht so sehen. Vor der Erfindung von Coca-Cola wird das denkbar süßeste Honig gewesen sein und das stärkste Tier, dem man an der Mittelmeerküste zwischen Jaffa und Gaza begegnen konnte, zweifellos ein Löwe gewesen sein muss, gilt sogar noch unabhängig davon, dass der Löwe auch in mythologischer Tradition immer schon als mit herausragender Stärke im kulturellen Gedächtnis verankert war. So gilt auch das Kriterium der Einfachheit und Bekanntheit der Lösung. Was an diesem Beispiel und seiner Deutungsgeschichte in der Forschung im Hinblick auf Gattungsmerkmale des Rätsels hier nur vorläufig angedacht werden sollte, ist die Evidenz der Form in Narrativen und anderen Textkontexten und die dringliche Frage nach dem Grenzen des Rätsels als Textform. Denn man kann eben nicht darüber hinwegsehen, dass das Simson-Rätsel auch Eingang in das Straßburger Rätselbuch gefunden hat. Und zwar nicht in jener, sondern in dieser Form.